Also, da könnt ihr sehen, ich habe hier zwei Charakter, den anderen habe ich für was anderes geplant, nämlich, also, ja, ich wollte es euch halt zeigen, zeitlich, seit der letzten Aufnahme-Session von mir, nämlich, wurde etwas gestartet. Und, da bin ich wieder zurück. Ich habe es nicht geschafft. Dann ist mir noch das Game abgeraucht. Sollte ich Theority noch gekriegt haben? Theority. Theority. Ist aber nicht passiert. So, diese Quest habe ich abgeschlossen. Das hier sieht so aus, als wenn ich es nicht mehr lösen kann. Okay, dann gehe ich mal zu Punkt A. Und die Steine? Ne, gerade drauf, die sind cool. Punkt A in Canterlot. Punkt A in Canterlot. Boah, krass ist die Port. So, es ist in der Mitte und das noch unten. So, es ist hier. Punkt A. So, dann will ich noch zu Beginn, weil ich hier rutsch schon. Ja, ist wahr. So, dann werde ich hier nach Ponydale. Mist, husten. Out. Out. Ich frage mich auch mal, wenn ich einen Namen doppelt haben kann. Ja, cool. Oh Mann. Ich nehme erst zwei. Zwei ist gleich hier und hier. Da gibt es, weiß wieder bekösten, zwei Möglichkeiten. Da hinten der Hengst und das Portal. Ich habe jetzt noch die Hengst und die Hengst und die Hengst und die Hengst und die Hengst. Oh, da hat nur das zwei. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich werde jetzt hier gehen Weil ich weiß, ob er noch dabei eine Quest Und ich habe jetzt ein bisschen Iconic Meats. So, dann werde ich... Das ist doch einfach Shade. Warum soll ich laut Quest dahin? Ja, immer noch... Das Ding... Dingster-Bunster. Ich hasse Quest-Symbol auf meiner Karte. Muss ich zugeben. Weil es nicht anders geht. Dann werde ich mir halt... Wie sie es nennen? Ich werde mir dann halt ein neues Pony machen. Die Dressal abklappern. Als Polen. Und dann... Tada! Habe ich kein Problem mit Quest. Weil sie sich nur aus Erwachsen machen kann. Habe ich dann auch gleichzeitig gelöst. Und dabei ein Tippwort. Ich habe die Hälfte gegenseitig. So, wo bin ich denn gerade? So. Und... Dreieck. Die Karte... Soll sich eigentlich... ...in diese Richtung tendieren? Ist auch Tor? So. So. Okay. So. 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 Sieоб. Diese Quests entweder. daerer er. Sehr gut. Ich glaube eher. So wie es aussieht. Sherry Pie. Ich habe mal alle beiden Sorten gebracht. Ich habe nicht mehr reagiert. Ich glaube, diese Quelle ist auch kaputt bei mir. Skyhammer. Getting enclosed. Ich habe nicht mehr auf die Seite. Das ist nicht mehr auf die Seite. Ich habe nicht mehr auf die Seite. Ich glaube, ich habe diese Quest geschafft, aber ich kann nicht sagen, wie das etwa, er ist in Stadtviertel gewesen. Wo war noch mal das Stadtviertel, wo es wieder aufgehört? Ich glaube, ich habe hier auch noch einen Ort. Ich habe hier auch einen Ort. Ja. Ich habe mich sowas von gerade erschreckt. Wenn man gerade das Geräusch gehört hat, das war meine Maus. Schreck. Solche Momente sind Jumpscare. Für mich. Oh. Schon wieder Server Resetting. Und das hat mich gerade... Please don't. No more Jumpscare. Eloi. Ich habe keine Kugelsen. Ich habe keine Kugelsen. Ich habe keine Kugelsen. Ich habe keine Kugelsen. Eben. Ich habe keine Kugelsen. Meine Es ist ein Teil von meinem Ja, das ist ein Fudge, das ist ein Fudge, das ist ein Fudge. Da ist er doch. Ich würde sagen, das habe ich verändert und wie. Oh! Okay. Wo bin ich wieder? Ich persönlich. Also sowieso, da habe ich die letzte Quest irgendwie auch irgendwie mir kaputt gemacht. Einfach mal kaputt gemacht. Hier ist es. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und auf die freue ich mich auf jeden Fall, nämlich, aber ich kann nichts dazu sagen. So, soweit ich sehen kann, ist dieses Filet, was ich sehen kann, auf einen Grasplatz. Was ist das? Das kann man nicht empfehlen. Das fand ich sie bei einem Baum. Das ist jetzt nur ein Baum. Öderspraltiger Baum. Nein, du stehst zwar beim Baum, aber du bist kein Silly. Ich habe jetzt so viel Vibringen gespürt. Ich bin so oft auf die Games besessen, damit ich schon Vibration spüre. Mein Handy vibriert ja. Das ist eingestellt, besonders für Alois. So, es muss hier irgendwo in der Nähe stehen. Wo ist, in der Nähe kann ja ziemlich dämlich sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. So. Bis zum nächsten Mal. So. so so Zu Ponydale kann man gleich Questliste schauen. Das mit den Sandwits werde ich wohl niemals mehr lösen. Das hier muss ich mir mit, ah komm, Translator. Also soweit ich rausgewiesen habe, auch mit Translator muss ich, ich hoffe ich habe schon mit Fran, ich weiß es alles, das ist Becker Einhorn und da muss ich jetzt wie es aussieht wieder zu diesem Hengst zurückkehren. Ich checke die Walequests durch, von einer Region, auch mit Übersetzer. Und beim nächsten Mal werde ich alles richtig machen dann. Möglichst. Mit Übersetzer der ganze Zeit. Wahrscheinlich wird alles, alles nur speedern und wegschneiden auch. Also wegschneiden mit Teilen, wo ich zum Beispiel, ja, da bin ich es mal so. die ich geschrieben habe. Naja, eher. Einfach, man könnte sagen, ich werde dann alles so speedmäßig, die Questallidee und so. und den Rest dann leveln. Ich habe ja hoffentlich schon gesagt alles. Der war doch da. Der war doch hier. Hier in diesem Bereich. Boah, jetzt Entste mal. Ich breche ein Wunderschöne. Gäste. 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 Und hier. Ich empfinde das blocksante, mit allem Bwisch. Du hast dich. Und hier. Au klein, auf. Seine Wunderschöne. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Ratsch. Du hast mich, oder? Ich bin dir doch vorhin doch noch begegnet. Ich hoffe, ich habe mit allen Funnies geregelt. Ich habe mit allen Funnies geregelt. Wo ist der Typ? Der ist an einer Ecke. Wortwörtlich. Oh, der ist in einem anderen Gebiet. Wist. Wo ist der Typ? Da ist er doch. Ich hoffe, ich habe alles erledigt. Nix fehlt rein. Kann auch nix sein. Okay. 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 Ich hoffe, diese Quest ist auch. können wir sagen nicht mehr verfügbar ist zwar schade okay das hier finde ich eh nicht also ich sehe in candlemore alles fertig dann werde ich hier nach cloudsdale ja diese quest habe ich abgeschlossen peace bloom ja habe ich auch rein hat die ich Okay. So, ich weiß, wie ich das weiß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Klauz dich, ich greife dich an. Okay, wo ist ein Berg überhaupt? Ja, der Berg. Orientierung. Auf Nunda. Und da. Deine Welt war ich sogar richtig, aber Orientierung ist bloß nochmal. Ja, wie. Wieder hin. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay.